Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Fail und Murder City of Gangsters. Das ist inzwischen schon der scheiß dritte Kampf, wo ich ihn auf eine Verkacke. Jetzt haben wir den Plan, einfach mal in dem Gebiet, wo die Leute einfach dann spawnen, alles voll Bienen und Granaten zu machen. Deswegen muss ich erstmal die Leute hier wegschicken. Dass er noch alles dazu packen kann. Wenn ich das dann einer von meinen Leuten ausgesehen, die Sprengfalle auslöst. Ja, ja, das kriegst du schon hin. So, und jetzt hier, hier, die Rauchbombe. Sprengfalle. Oh, die ist so kacke klein. Ich hoffe, sie tötet aber dafür instant. Oh, sie ist 62, 52. Jetzt wäre so, gehen wir erstmal in Position. Als vor dem Wolf. Bin dran. Ich habe nur Angst, dass jetzt gleich die Leute kommen. Ja. So, dann darf Doc mal den Kampf einleiten. Bäm. Oh, das war Doppeltreffer. Treffer. Treffer. Oh, fängt gut an, fängt gut an. An die Arbeit. Puh. Ähm. Ja. Bin soweit, Boss. Ach, war ich jetzt eine Granate? Jetzt schon? Und dann, dann explodiert die schon vorher. Dann ist auch alle Fallen kaputt. Und erst dann kommen die Gegner. Bei meinem Glück ist das wieder so. Ihn siehst du. Aber ich will ja nicht, dass du jetzt hier noch einen Wolf mit erwischt. Hier, frisst Kugeln, Arschloch. Frisst noch mehr Kugeln. So, dann würde ich jetzt sagen, der Nächste wirft die Granate nach der Hände. Genau. Das gefällt mir doch. Mh. Sicher, sicher. Komm, mehr. Kommt und tötet mich. Wie immer. Schön, schön. Wer ist der Nächste? Ich brauche was zu trinken. Können wir schon wieder so gegen den Strich. Sicher. Und du, du triffst Fixit. Was soll der Scheiß? Einfach mal. Junge. Und da sind sie. Da sind sie. Granate. Rauch. Lass mich zufrieden. Ich hab's versaut, Boss. Ja, hast du diesmal. Feuer frei. Boah. Instant Death. Läuft einer von denen da nicht rein oder so? Was? Fuck, Mann. Grat. Fuck. Oh, der fuck. Ich brauche was zu trinken. Wir brauchen Fixit. Bäm. Oh, Mann. Genau. Kommt der Nächste. Und gibt mich tot. Berserker Hitzkopf. Was ist das denn hier? Matsch Auge. Ja, genau. Noch ein bisschen weniger Treffsicherheit. Ich brauche ja keine Treffsicherheit. Oh, Feuer frei. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ich nehme mich mit, ihr Saftsäcke. Er steht direkt, er steht direkt vor dir. Ah, wirklich direkt. Jetzt tot. Jetzt tot. Bäm. 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 Fack auf. Ach, was soll denn der Scheiß? Bäm. 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 Anmargino, anmargino. Ich könnte ja jetzt auch einfach... Geht das überhaupt? Hauptmenü? Ja, laden kann ich ja. Einfach, einfach. Kann ich doch gar nicht. Ey, ich krieg das Kotzen. Ich hab gehofft, ich kann auf vielleicht einen Schwierigkeitsgrad machen, aber ey. Geht doch nicht. Da müssen wir jetzt persönlich hingehen. Mit ihm. Da muss ich noch die Unterstützerin wieder. Dock als Heiler. Maschinengewehr oder was? Ich hätte gerne noch Maschinengewehr. Meine Fresser. Wohin jetzt? Ach, ey. Läst du jetzt eine Sprengfalle? Läufst. Hm. So, Installationjob war erfolgreich. Ich hab eine beschissene Sicht. Ja, Boss? Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? So, jetzt schick ich einen. Gibt's auch noch so eine Pflanze? Jo. Sagen, Dock nach da. Ah, ein neuer Patient. In Ordnung, dann los. Wir verstecken uns in diesem Bäumchen. Los geht's. Ähm, Fixit geht nach da. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Sonnenschein. Bin so weit, Boss. So, Fixit geht nach da. Beziehungsweise ich glaub, ich probier einfach mal durchzuraschen. Ich glaube, ich sehe doppelt. Okay, ich wurde gesehen. Da muss das bessere Situation machen. Schön, schön, schön. Trotzdem, es wird es anders, dass ich da wirklich hochlaufen. Jetzt vor allen Dingen. In Ordnung, dann los. Lauf, flieht ihr Narren. Ich kümmere mich um ihn. Wer ist das? Bundesagent. Friskugel, Arschloch. Es ist nichts Persönliches. Was, toll. Ich war noch eine Granate. Und doch kann da auch nicht viel erfordern. Meine, meine Granaten explodieren zu scheiß Zeitpunkten und deren. Wohin jetzt? Wohin jetzt? Dezent, fickt euch. Dezent, fickt euch. Gute Arbeit, Jungs. Oh, mhm. Friskugel. Ja, Boss? Genau, genau. Ach, Mann, was soll ich noch tun? Ah, frisst Kugeln. So, jetzt schlachtet der uns alle ab. So, jetzt schlachtet der. So, jetzt schlachtet. Ja, das geht. und jetzt kommt was soll ich da noch machen jetzt geht er mir noch nach toll toll super toll und BÄM was für ein trottel jetzt muss ich das regeln was was auf nach da oben und jetzt gibt es auch noch so eine schrotflintenorgie da nimmt das reines Glück ich hab einrauchen ha trefft mich da mal ihr Arschlöcher jetzt kommt fixe jetzt ist fixe time trefft mal was ihr nicht sehen könnt weil der hat mich gesehen ich muss sterben was ist das das ist eine Granate dort alle da alle da wohin jetzt das kopf berserker auf jeden so BÄM reines Glück schön schön wer ist der nächste jetzt schießt noch nach hinten schießt die sogar auch noch BÄM bitte BÄM bitte BÄM now I'm dead definitiv dead oh man du hast verloren ja ich weiß dann danke ich euch leute fürs video schauen bis zum nächsten mal rein gehauen bis zum nächsten mal